So, Kinder, ich bewege mich gerade durch die dunklen Gassen vom... Tja, was gibt es zu sagen? Shaddox hat sein Zeug abgeholt. Ich wollte es eigentlich gar nicht hergeben, weil ich nach dem Video, wo ich die Magier-Quest gemacht habe, dann doch festgestellt habe, die Sachen sind richtig cool. Also da kommt richtig was dabei um. Ansonsten, achso, übrigens Shaddox, falls du irgendwie Rechte am Bild anmelden willst oder so, es ist zu spät. Oder so. Viel Spaß. So, Tag Post, ich spiele jetzt quasi mal den Postboden und eigentlich spiele ich mir das Postamt, denn ich stelle quasi mein kleines Wäldchen hier. Mit E und T, nicht mit Ä und D, zur Verfügung, damit Shaddox seine Klamotten kriegt. Was ich natürlich dummerweise noch vergessen habe, ist, dass der Kollege die Sachen sicherlich auch haben will. Das heißt, ich müsste dafür jetzt erst mal die Gruppe auflösen. Das ist ja Loger. So, Ellen hatte einen... Oh, Deutsch. Ellen hatte einen unvergesslichen Tag. Heißt so viel wie, ich glaube, er ist nochmal in Freundschaftsrang gestiegen. Und kriegt jetzt... Müsste jetzt auf 100 sein. Vielleicht aber auch nicht. Ich muss jetzt erst mal das Portal öffnen. Der Portal... Internet. So. Labalaba. Und da muss ich mich auch noch nackig machen. Ja, öffne das Portal. Als mein Töchterchen so gerade laufen konnte, so ein Jährchen oder anderthalb oder sowas, da rannte sie das Stativ mit der Kamera um. Da brach unten das Ding heraus. Bisher hielt es mit Heißkleber, aber... Jetzt wohl nicht mehr. Nicht wahr? Das hätten wir geschafft. Nein, sollst du nämlich nicht erklären. Ja, wünsche mir viel Spaß. Ich muss mich jetzt hier mal nackig machen. Und zwar dringendst. Erstmal so Standard mit den Sachen... Oh, Synchronisierung. Bitte warten. Der hat wohl quasi ganz dringend gewartet. Ich ziehe jetzt einfach mal irgendwas an, ne? Nur damit ich jetzt quasi mal irgendwie auf die Schnelle... Ach, ist ja egal. Hallo Tim, ich kann gerade nicht. Ich, äh... Ja, Moment, Moment, ich bin gleich da. Ja, 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 ja. Irgendwie... Emoticons falsch. Servus. Du hast aber eine hübsche Mütter. Hm, 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 hm. Wie weh. Ja gut, äh, Emoticons, was auch immer, wie sie auch immer heißen, mögen. Ich soll jetzt Sachen in die Tauschtruhe werfen. Und, äh, da müsste ich jetzt quasi mal was hineinlegen. Ja, 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 ich will aber nicht. Ich mag mich gar nicht davon trennen. Das hat nämlich Spaß gemacht. So, auswählen. Und zwar... Von den Klamotten... Ach, du meine Güte. Das dauert jetzt Jahrzehnte. Es ist ein spitzes Hütchen. Das ungefähr aussieht wie das. Hut der Waisen. Eines. Dann, äh, müssen wir noch weiter suchen. Linie Arobe. Herrscherrüstung. Oh, meine Güte. So, nächste. Aber welchem Level? Kannst du dir noch nicht sagen? Jetzt, wenn die Frage vollständig ist. Handschuhe der Waisen. In der Ecke müssten die sein. Forstschuhe. Schuhe der Waisen. So, Hüschchen der Waisen gibt's nicht. Also, okay. Ja, ich glaube, ich möchte dies wirklich. Ja. Ich stelle sicher. Chat. Der Chat des Todes. Hallo, Hurra und Juppaidi. Storyabhängig. S-T-O-R-E-Y. Shitori. durch sie meinen Ofen. Sagt er bestimmt. Ja, ich meine, wann kann man zu überleben, du Dorftrottel? Er wird's kürzer fassen, weil der Chat einfach keinen Spaß macht. Nee. Nee? Nee? Och, hey. Einfaches Fragezeichen, Leute. Gut. Nee? Er sagt nee. Er ist wahrscheinlich auch so ein Freund von diesem Chat. Er ist kein Freund von diesem Chat. Kein Wunder, dass er vorhin nach Skype gefragt hat. Okay. Er hat's aufgegeben. Yippee. Ja, ich hab immer noch keine neuen Dinger drauf. Warum auch? Ich find das cool. Ich brauch's eh nie. Tja, ich bin weg. Hab dich in meiner Welt allein gelassen. Da guck's. Gell? Guck mal, ich kann zaubern. Ich weiß, was du sagen willst. Äh, wer... Ich würde ja schneller antworten, wenn ich dich tatsächlich nicht auslassen würde. Er... nicht. Jetzt noch ein Grins, aber ich find dir jetzt eigentlich noch nicht mal den Doppelpunkt. Wer hat sich das überlegt? Jetzt drängen wir uns noch ein bisschen auf über die Tastatur. Wir schmollen jetzt vor uns hin, dass die Tastatur so gemein zu uns ist. Böse Tastatur. Ganz gemeine böse Tastatur. Ich seh übrigens so verwurzelt aus, weil ich eben schon versucht hab, ein Video aufzunehmen. Für Musik. War kacke. Noch mal bis sein lassen. Ich will die von... meinem Handy. Pokémon. Ah, oder das? Ein... er... gesaufen. Er liebt es. Ich weiß, dass er es liebt. Habe ich erwähnt, dass ich ein schlechter Gastgeber bin? Volk, du musst gehen. Der König will The Next Generation gucken. Ja, wenn du alles suchen musst, dann würde ich mal sagen, weg mich, wenn du es gefunden hast. Diese Tastatur versaut einem jeden Witz. Also so, ne? Direkt als Antwort weck mich, wenn du es gefunden hast. Das wäre vielleicht witzig gewesen, aber so. Ja, das ist schade. So versteht man die Witze auch nicht. Zeichen. Da war ein Doppelpunkt. Und wo ist das P? Ah. Pöllum. Ich würde sagen, ich hab eine Mail bekommen, und zwar wahrscheinlich von... Schade-Dogs. Hm. Er glaubt, man bräuchte ein bestimmtes Level für die Prüfung des Lichts. Da antworte ich doch. Hm. Keine Ahnung. Ich war so weit fortgeschritten im Level durch meine 100 Videos, dass ich gleich weiter rocken konnte. Abschicken. Okay. Bye, Tim. Bedankt hat er sich ja schon. Also in diesem Sinne werde ich mich jetzt auch nochmal... Ich werde mir noch kurz was Sinnvolles zum Anziehen suchen. Wollte das noch sehen? Ich weiß ja nicht mal, welches Level ich das mache. Ich glaube, ich werde erstmal wieder auf den Söldner. So. Weil, wenn ich nämlich dann demnächst in meine Aufgabe gehe, die ich mir so gesteckt habe, die habe ich schon mal in irgendeinem Video erwähnt, also guckt euch meine letzten 10 Videos an, berätet die alle mit Daumen hoch, ähm, und findet heraus, welche Aufgabe ich für mich gesteckt habe. Ich kann das Leben nicht ändern, solange wie ich hier drin bin. Möchte etwas herausnehmen. Ich habe mich alle Sachen, die ich eben reingelegt habe. Aber sie sind nicht mehr da. Ja. Nehmen wir ein Portal zu. Ich werde Söldner. Ich nehme mich um. Tim, ich danke dir für diese komische, kleine, komische? Wollte ich gar nicht sagen. Ähm, für diese kleine, für diesen kleinen Besuch. Es war schön, dass du mich bei diesem Video unterstützt hast. Und bei anderen auch. jetzt kann ich nämlich das Leben wechseln, Leben ändern. Und zwar in den Söldner. Dann ziehe ich mich auch noch entsprechend an. Bitte, bitte, lass das jetzt ein Jahr halten. Naja, zumindest den Helm. Zumindest die Mütze. Mütze! Dann kann es nämlich dem Nichts weitergehen mit meinem... Warum kann man da eigentlich nicht draufdrücken auf diesen Button? Kann es dem Nichts weitergehen, wollte ich sagen. Äh, was heißt es? Gottes oder die Heilige oder die Ruhnen? Ah, wahrscheinlich Erde Gottes. Äh, mit meinen wunderbaren Aufgaben, die mich in die richtige Richtung führen, aber immer noch nicht ans Ende, denn dieses Spiel hat kein Ende. Das ist immer schade. Ich mag doch Spiele, die ein Ende haben. Denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat drei. So. Ich bin quasi wieder göttlich gekleidet. Das heißt für mich... Was passiert jetzt? Achso, ich wollte gerade sagen, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich jetzt ohne Speichern ausmachen würde? Vielleicht hätte ich die Sachen dann wieder, aber nein, es wurde ja eben gespeichert. In diesem Sinne, danke Tim, danke den Leuten, die mein letztes Video gesehen haben und innerhalb von einem Tag habe ich unglaubliche acht positive Bewertungen gekommen. Also der Tag ist ja erst halb rum. Das ist krass. Das schaffe ich normalerweise nur innerhalb von drei Wochen mit vier Videos. Schade. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.